Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Schaut gerne auch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, wenn ihr keine Streams verpassen wollt, könnt ihr dort natürlich auch gerne ein Foto da lassen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Items Shop an und gucken, was heute für Skins schon sind. Oh, es gibt mal wieder eine Abstimmung. Krass, der ja. Die Skins sehen auf jeden Fall ziemlich strange aus. Ja, kennen wir ja schon, das ist neu, wenn man eine Stimmenabgabe zurückziehen will, war da glaube ich irgendetwas. Aber einmal haben wir hier im Prinzip eine Cowboyfrau. Hier ein blauer Skin. Ja, ist nice. Auch blau. Ist auch ziemlich nice. Aber der Skin ist ja absolut geil einfach. Unten zwei Birkenbaumstämme und dann hier einfach ein kompletter Busch. Unten noch so ein Bienenrucksack. Sieht nice aus, der Skin. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Endlich mal wieder eine Abstimmung. Aber ich muss sagen, alle drei Skins sind in Ordnung. Den finde ich eigentlich noch am ehesten. Ja, der Cowboyfrau relativ klassisch. Sieht trotzdem nice aus. Und das ist eben halt einfach mal etwas komplett anderes, dass es so in dieser Form nicht gibt. Dann haben wir heute den Chief Hopper aus dem Stranger Things Set. Ich glaube, ich habe den zwar noch nie wirklich gesehen. Und ich glaube, dadurch, dass er auch erst einmal im Shop war, haben den eigentlich relativ wenige. Ich finde jetzt auch irgendwie, dass der nicht wirklich was Besonderes hat. Er hat kein Backpack für einen epischen Skin. Ein bisschen zu wenig. Dann ist hier die animierte Ranglackierung. Wäre die Animierung irgendwie ein bisschen stärker, wäre es wirklich ein nice Lackierung. Dann haben wir heute das Demogorgon. Auch wieder aus dem Stranger Things Set. Ich denke mal, es kennen schon deutlich mehr. Ja, sieht aber ziemlich strange eben halt logischerweise raus. Ja, die Skins aber an sich ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit. Dann haben wir die Sternschlag-Spitzhacke. Ist definitiv eine nice Spitzhacke. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann ewiger Nullpunkt. Ist auch eine nice Lackierung. Wobei ich das immer so ein bisschen strange finde, dass sich hier einfach die Animation immer zu einem ausrichtet. Sieht ein bisschen strange und verwirrend aus. Aber dann gibt es dazu auch noch den Unendlichkeits-Skin. Hinten mit dem Cosmos Cape als Backpack passt auch wirklich zu super vielen Skins. Hier die im Prinzip Schaltkreis-Linien gefallen mir auch ziemlich gut. Und der Skin einfach an sich ist schön animiert. Auch wenn man den von hinten kaum sehen kann. Sieht aber trotzdem nice aus. Spiel ich wirklich richtig, richtig gern. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es den Überschalt-Skin mit vier verschiedenen Varianten. Einmal in der Schädel-Variante. Dann Wolf-Variante. Hornisten-Variante. Und Falken-Variante. Wer auf solche militärischen Skins steht, kann sich auf jeden Fall kaufen. Sind allerdings auch etwas breiter. Und persönlich ist es auch nicht wirklich mein Geschmack. Hinten werden dann noch die Kills angezeigt auf dem Backpack. Dann gibt es dazu die verstohlenen Schwarz-Lackierung. Komplett in schwarz gehalten. 300 T-Bucks. Vollkommen in Ordnung dafür. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Die Luftkampf-Lackierung mag ich persönlich nicht ganz so gern. Wobei die hier tatsächlich auf der Waffe auch eigentlich ziemlich nice aussieht. Ähm, genauso wie auf der Pistole. Auf manchen Waffen sieht ganz nice aus, aber auf manchen auch eher nicht. Dann gibt es dazu auch noch die zielsicher, ähm, zielsicher Gleiter. Ist eigentlich nichts Besonderes. 500 V-Bucks, relativ standardmäßig der Gleiter. Ja. Dann haben wir Disco Party. War auch schon relativ lang nicht mehr im Shop. Kam damals ja in Season 6 mit dem DJ Yonda. Im Prinzip rein. Hat aber auf jeden Fall relativ nice Musik. Ist auf jeden Fall nice. Nein, pick it up als Fortbewegungs-Mode. Gefällt mir auch von der Musik her und auch von den Moves. Als nächstes gibt es dann die Rote Verteidigerin. Mit und ohne Kopfbedeckung war, glaube ich, schon irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche drin. Also der Skin kommt wirklich richtig oft rein. Das heißt, ihr müsst eigentlich keine Sorge haben, dass ihr den dann verpasst. Ist auch trotzdem nicer Skin. Äh, genauso wie die Spielspezialisten. Die gibt es ja auch halt im Blaumützen-Style. Wobei ich immer die mit der weißen Mütze deutlich besser finde. Und die Blaumütze gibt es ja auch letztendlich als nicht mehr. Die gab es ja damals im PS Plus-Paket. Dann haben wir noch eine Musik. Dafür muss ich kurz eine Musik-Einstellung anmachen. Das ist der Saxophone-Groove. Finde ich absolut nice, wirklich die Musik. Also mit einer der besten. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch vor allem, dass es Stereo nutzt. Das heißt, das ist immer so abwechselnd. Manche auf der linken Seite und auf der rechten Seite dahin kommt. Gibt irgendwie so ein richtig schönes Feeling. Dann haben wir als letztes los, los, los. Als grünes Emote. Ist auch ganz in Ordnung. Ist aber immer nichts Besonderes als 200 V-Bucks Emote. Das war es dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal eine Bewertung auf dem Video da. Und schreibt mir vielleicht in die Kommentare auch Video-Vorschläge. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.